Episode 3 ist fertig, wir sind jetzt hinter jeder Ecke. Episode 4 Auf geht's. Spannend. Ah, okay. I've heard enough out of you, okay, Doug? Now, what the fuck's the problem? Ben! No! Just get in. We'll figure out what to do with you. I was trying to protect all of us. Holy shit. She's stealing the RV. I don't know much about you folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow, that y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do we do? Give me the gun, kid. I'll do it. We need to help find a boat. It's our best bet at safety. Okay, but we'll be in Savannah, and my parents were in Savannah. Okay, we'll look for them. I was the one giving the bandits supplies. What? It's all my fault. We gotta jump! What? No way! Ah! Shit! Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Leap wants you to or not. Now, what I need... Who the fuck? I don't know. But I doubt we're gonna be happy when we find out. The Walking Dead. I'm sure you're gonna be. It's not cool. I'm sure to need it. Shut the way... You tell me it'll be fine. It's alright John. You tell me, but... If you don't even know why, you shall not break it. Hinter jeder Ecke. Aha. Weißt du, was ich kurz mal machen kann? Was ja auch sehr wichtig ist eigentlich. Ich könnte mal kurz die Effekte ein bisschen hochschrauben. Weil ich glaube, das geht noch klar hier, wenn es auf zwei ist. Denn manchmal höre ich die Hintergrundgeräusche gar nicht mehr. So. Um. Um. Ja gut, wir müssen weiter, du hast recht, lasst uns anhalten. Kenny, wie weit noch? Es sollte nur noch ein paar Blöcke nach vorne sein. Und da gibt es Boatsen da? Sure as hell better be. Da gibt es Boatsen. Da muss man sein. Da muss man sein. Es wird okay sein. Kenny weiß, was er macht. Was in der Hölle? Vielleicht diese Stadt ist nicht so dead, after all. Keep moving. No one's ringing that bell. Es ist automatisch. Auf dem Timer. Was in der Hölle? Was in der Hölle? Was in der Hölle? Someone's up there! Are you sure? I don't see anything. Ich weiß, was ich gesehen habe, Hauptmann. I know what I saw. I'm telling you, there's someone up in that bell tower. Someone alive! If I were you, I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work. Um, the Sturmtorn. Who is this? Is that you up in the bell tower? What the hell was that? Is someone trying to fuck with us? Sounded more like a warning. Ask not for whom the bell tolls. What are you yammering on about? It tolls for thee. Yeah. Vielleicht sollten wir gehen, was? Back here. Everybody run! Oh miet, der kleine Oh, komm schon Kitty Oh, Ben, oh, Ben Get her the hell out of here I'll catch up with you Move your asses River Street's right up ahead That's not all Oh, give me a fucking break Wait, where the hell's Chuck? Ach, Chuck Ähm, ja Ich würde ihm gern helfen Na gut Dass immer alle hinfallen müssen Mmh Yeah You've opened up your wound You're bleeding Shit, it's gonna get infected We've gotta get him inside Clean him up Kenny, how's that door coming? I'm working on it, I'm working on it We'll work faster, would you? Won't be long before those things outside Figure out where we went You know they can smell blood Quit it, the pair of you Gonna bring more of them down on us Okay, ähm Yo, das ist okay Quatschen Hm, how's he looking? I'm alright You're not alright You've reopened your wound You're losing blood And God only knows what might have gotten in there It could be infected It could be No offense But you really need to work on your bedside manner Okay, ähm Es sieht schlimmer aus, als es ist okay Ich versuche nicht zu worry Es sieht immer schlimmer aus, als es wirklich ist Except wenn es ein Biss ist Ja, well, es ist nicht ein Biss Wir werden dich fixiert Just geh uns inside das Haus, will you? Ich bin auf Lee? Ja? Danke Kein Problem Ich habe sie beruhigt, ja klar, ne Der Boden ist halt immer uneben Deswegen fallen immer die Leute hin Oh nein, kleiner Huckel Boom am Boden Hallo Clementine Äh, nein Sie haben uns nicht gesehen, nein Nein, sie haben uns nicht gesehen Sie sahen uns nicht Wir waren zu schnell Ich kann sie immer hören Es klingt, wie sie näher kommen Es ist nur deine Erinnerung Ich fühle mich sicherer, wenn wir inside das Haus Ja, das ist wohl wahr Okay, wir müssen irgendwie Was müssen wir machen? Leute beruhigen, die Tür aufbrechen Was, was tun wir jetzt? Du machst ja gar nichts, Kenny Ja Ähm Wie läuft's mit der Tür? Weißt du was? Wie geht's denn dir so? Ist doch viel wichtiger als diese Tür Siehst du, Kenny hat's verstanden, Mann Meinst du, da drin ist jemand? Okay, gut, pass auf Wir machen das mal folgendermaßen Wir dreschen die Tür ein Na gut, dann nicht Was ist denn mit Ben hier? Was ist mit Ben? Dem alten Verräter Ja Ja, du bist scheiße, Mann Ähm, meinst du, wir kriegen das Fenster auf? Denken wir, wir können durch eine dieser Fenster kommen? Mann, ich glaube nicht Gott, ey, ohne Mist Gut, und was Kenny betrifft, ich hab keine Ahnung Sehr gut, freut mich Gut Was haben wir hier? Damn Einfach nur Okay Du machst überhaupt gar nichts, Kenny Mann Wie sollen wir hier bloß gewinnen? Oh, guck mal hier, ein Spaten Das stimmt, ne? Ich bin noch nicht fasziniert, um das zu trinken Der ist ja auch ein bisschen eklig, da ist ein Hund Der ist tot Lass mal den Hund ausgraben Man, vielleicht müssen wir das aber tun Ist doch klar Vielleicht aber auch nicht Vielleicht nehmen wir die Schaufel und brechen die Tür auf So wird es nämlich gemacht So wird es gedealt hier, guck mal Da unten, guck mal da Na gut, da nicht Was ist das? Sieht, wie es hier ein Kind von Pettdorf ist Man, ich wollte ihn schon ausgraben, ne? Jetzt darf ich ja endlich Jetzt darf ich Endlich Oh mein Gott Der arme Hund Zombiehund Vorsichtig Der ist tot Ähm, bleib back Nichts Clem, geh über und sitz mit Christa und Omi Okay? Aber ich will... Just do what I say, okay? Oh Clementine ist sich gekränkt Take it Take it Take it Wow Okay Ich bin gut, honey Ich bin gut, honey Es ist nur der Schmerz Bist du sicher, du bist... Ich sagte, ich bin gut, okay? Ja gut Der Hund hat halt kopflos gehandelt Er hätte nicht sofort den Kopf verlieren sollen Er hat Kopf und Kragen riskiert Scheiße Okay, gut Ähm Er kann nie wieder der Kopf einer großen Organisation werden Wir müssen jetzt hier reingehen, okay? Ganz einfach so Jetzt brüll nicht so rum, man Jetzt brüll nicht so rum, man Okay, let me see if I can reach up in there Be careful, man It's no good, I can't get it Here, let me try I think I can Na toll Verdammt doch mal, alles okay? Clem, are you okay? Say something Man, ey Du hättest zuerst fragen sollen Ah, komm Good job, Clem Yeah, way to go I did good, right? Yes, you did You did good Can we maybe have this conversation inside? My leg starts to hurt like hell Looks okay from here Everybody in Sorry, sorry No, it's okay I'm good I feel better already just being off my feet Thanks, babe So, when were you gonna tell us about the radio? Tell you what? That it's working That there's someone else on the other end of that thing You didn't think that might have been worth sharing with the rest of us? I was gonna tell you Kenny and I only found out yesterday So, both of you were keeping it from the rest of us Great Who gives a shit about the damn radio? I'm more worried about whoever it was out there ringing that bell And bringing the dead down on top of us It's like they didn't want us to make it to the river What makes you think it's not the same person? Whoever was on the radio was close enough to see us in the street And we didn't see anyone else other than the guy in the bell tower Because that doesn't make a lick of damn sense Why would they bring out the dead like that And then try to warn us about it? How much sense does anything make anymore? In case you haven't noticed There's a lot of twisted folks out there these days At least the dead don't play games with you Whoever that was on the radio I think they were trying to help us They did warn us, didn't they? Maybe you're right But whoever it was They're watching us Following us And they don't want us to know who they are I can't think of any explanation for that That would make me feel better Can you? Wir müssen check suchen Once it's quieted down outside We'll all head to the river together Deal? Suit yourselves And I'm not gonna wait around too long For someone else to grab up those boats That's our ticket out of here Place seems secure at least I'll feel better when we know that for sure We need to check the whole house All right, fine You and me will take the upstairs Lee, you've got down here Make sure you check every door, understand? Okay Can I help? What if there's another locked door? I think you've been helpful enough for one day, kiddo Why don't you just see if Kristen Omeed needs anything, okay? Okay Das ist so traurig, die Kleine Oh, man Okay, einen kurzen Moment, bitte Einen kurzen Moment Mann, Mann, Mann Geht sofort weiter Okay, weiter geht's Wir sind im Haus Wir sind im Haus und wir müssen uns umsehen Aber ich kann auch rausgehen, aber ich weiß nicht, warum Was ist denn da oben so drin? All empty Hunde Hundefutter Wozu brauchen wir das jetzt? Na, so weit kann's noch kommen Irgendwann demnächst Vielen Dank, Blade An dieser Stelle Und nun Nimm das Hundefutter Ja I'm not that hungry So I need to finish checking the downstairs Hmm Mikrowelle? Kein Kraft Gut Sein Name war Walter Der Hund Walter Oh mein Gott Sein Kopf ist abgefallen All clean Gut, okay Diese Ecke haben wir untersucht Da kommen wir nicht weiter Wir müssen also in den Keller Was hat er gesagt? Irgendwie so, ne? Die Uhr steht still Still steht Alkohol und ein Zettel Sieht sehr kosten Intensiv Und heavy Ich wüsste, dass any Looters Das Ding zu weit Wie kommt es? Was? Alkohol Wahrscheinlich nicht die beste Idee Ich muss frostig bleiben Gut Gut, 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 gut Die Leute sind hier Okay Wie sieht es denn aus? Hey Leute Wie sieht das Haus aus? Ich habe noch nicht den ersten Fluss aber so weit so gut Okay Wegen des Plans mit dem Boot Geht es deinem beim Bessern? Gute Frage, ne? Wie ist das Kabel in deinem Omid? Leck fühlt sich noch besser? Ich bin okay Ich fühle dich Wegen des Plans mit dem Boot Ich habe keine Ahnung was wir da jetzt machen sollen aber hey Quatschen mal drüber Was denken Sie über dieses Plan von Kenny's? Der Mann verliert es Schau, Lee Ich weiß, er ist dein Freund und alles Aber du musst vorsichtig sein Dieser Mann ist auf der Seite und ich weiß nicht ob ich mich wenn er über es geht Kenny ist solid Er hat einfach durch ein paar Das ist alles Ich hoffe, du bist für alle unsere Ja, das ist wohl richtig Wegen dieses Hauses Ich finde, dass dieses Haus ein verdammter Glück Ich mag es viel besser, wenn wir sicher wissen, dass es sicher ist Ich werde sicher Aber jetzt fühlt es wie nur die Bedeutung, die wir brauchten Vielleicht wird mein Glück beginnen, um sich um zu drehen Ich würde das glauben Ich würde das glauben Ich würde das glauben Ich würde Sitze Ich werde den ersten Schrauben um sicher es sicher ist Danke, Lee Okay Nicht der Keller sondern der erste Stock Clementine Halt Okay Ich hoffe, dieses Haus ist sicher Hast du alle die Räume um sicher Nein, aber ich werde es take care Alles klar und hier Nicht genau mein Stil Gut Nächste Tür Auch gut Achso Wir haben bloß drei Türen hier Ich dachte wir haben jetzt zwei Etagen oder drei Aber da hab ich mich wohl geirrt Was Oh Äh Ich hoffe das Haus ist sicher Wollte ich doch gar nicht Hast du alle Räume um sicher Nein, aber ich werde es take care Ich habe den rechten Trigger gedrückt Auf einmal funktioniert es Da ist die Tür Da ist die Treppe Lass mal gucken Komm schon Jesus Verdammter Mob Es ist nichts Äh, wir wollen eine Antwort, Clementine! Ich habe versucht, meine Eltern zu finden, und dass sie in Savannah sind. Er ist wirklich nett. Ich glaube, er will mir helfen. Clementine, ich glaube, das ist nicht das, was er will. Er... Lee? Lee, du musst hier aufhören. Was ist denn? Es ist Kenny. Kenny rastet das Haus. Kenny sagte, er dachte, er hörte etwas da da. Er ging nachdenken. Er ist da da? Ich kann ihn nicht nachdenken. Bleib hier. Kenny? Kenny? Du bist okay, Mann? Oh, Jesus! What the hell is that? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich kümmere mich. Ich kümmere mich. Ich kümmere mich. Ich kümmere mich. Wie ich schon vorher. Bist du sicher? Ich denke, wir werden es finden. Ich kümmere mich nicht. Ich kümmere mich. Ich kümmere mich. bis er zu sterben ist. Oh, das könnte Clementine sein, wenn ich sie nicht gefunden habe, was ich getan habe. Entschuldigung. Entschuldigung. Wir müssen ihn verraten. Ich werde ihn verraten. Ich werde ihn nicht verraten. Nun, wir können ihn ja zu Walter legen. Ich weiß nicht, ob das so angebracht ist. Aber wir machen das mal. Furchtbar. 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 Was können wir denn da überhaupt machen jetzt? Nix. Können wir da schnell hinter uns bringen, bitte? Meine Güte. Oh Gott, das ist so traurig. Wer bist du? Äh, jemand hat uns beobachtet. Wir sehen uns. A walker? Nein, zu schnell. Ich bin ein Mann wie ein Mann aus der Höhe, als ich ihn gesehen habe. War es ein Mann oder eine Frau? Ich habe nicht ein guter Blick. Was ist das? Ich frage mich, ob es das gleiche Mann hat uns beobachtet. Das Mann auf der Radio. Kimi? Ich bin gut. Ich bin gut. Was ist das Ruckus? Lee sah jemanden uns beobachtet von der Garten. Was? Wer? Wer? Ich kann nicht sicher sein. Ich bin gut, bevor ich ein guter Blick habe. Ich bin nicht das ein bisschen. Nicht ein bisschen. Ich bin auch. Walkers sind eine Sache, aber die Idee von jemanden aus dem, dass wir uns beobachtet haben. Okay, das ist es. Wir sind hier lange genug. Es ist Zeit, um sich zurückzuhren, um sich zurückzuhren. Zeit, um sich zurückzuhren, um sich ein Boot zu finden. Ich weiß nicht, ob Omeid ist gut genug zu gehen. Well, er besser bereit ist, weil ich jetzt nach River Street zu finden, um sich ein Boot zu finden. Und als sie bereit ist, wir gehen. Ich weiß nicht, ob es sicher ist, um sich zu gehen. Ich weiß nicht, ob es sicher ist, um sich zu gehen. Warum nicht? Walkers sind ja auch zu verabschieden. Das ist nicht alles, was ich überraschend bin. Also, du lieber hier einfach nur hunker und lassen uns hier, um uns zu halten, um uns zu verabschieden? Und warte, um uns zu verabschieden? Nein, danke. Ich liebe es zu sagen, aber Kenny ist richtig. Omid ist nicht in großartige Weise, aber wir können nichts für ihn hier machen. Without meds oder ein Doktor, er wird nur noch schlimmer. Alles klar, alles klar. Ich gehe nach dem River mit Kenny, um zu schrauben ein Boot, während du Omid bereit hast. Was für mich? Du wirst hier mit der Gruppe bleiben. Du wirst uns nur schlafen. Wait, kann ich nicht kommen? Meine Mutter und Vater können nicht weit entfernen. Vielleicht können wir sie nach dem River suchen. Um, bleib hier und hilf. Clem, lass uns mal sehen, ob Omid nichts braucht. Also, du wirst mich hier auf der Bench verlassen? Natürlich, du kannst doch nichts. Was zur Hölle? Ähm, bleib und beschütze. Das ist nicht so, Ben. Ich brauche dich hier zu bleiben und einen Augenblick auf Clementine. Ich kann das. Also, damit wir uns klar sind. Während ich weg bin, irgendetwas oder irgendjemand versucht, in dieses Haus zu kommen, du schraubst ihn. Du schraubst ihn. Du denkst nicht einmal zweimal über ihn. Verstehst du? Ich habe kein Problem schraubst, Walkers schraubst. Hörst du, was ich gesagt habe? Irgendetwas oder irgendjemand? Gut. Gut. Zuhause. Gäste Berghaushalt. Dom ... Da finden wir bestimmt... ein Boot. Oder sowas in der Richtung. Ne? Ähm, willst du reden? Na dann quatschen wir nicht, Mann. Bisschen Ruhe ist auch gut, ne? Ähm, vielleicht tut uns da jemandem gefallen. Ne, keine Ahnung. Das waren doch bloß drei Leute jetzt. Drei Zombies. Das geht doch noch. Ähm, ich glaube nicht. Keine, Mann, ich glaube nicht so. Vielleicht müssen wir ein neues Plan machen. Das ist der Plan. Das ist der einzige Plan, das wir haben. Und du, auf jeden Fall, wie du in der Haus gemacht hast, nicht genau helfen. Well, screw du. Ich bin nicht so einfach. Das klappt nicht mehr. Das Boot ist im Arsch. Kenny, get a grip. This boat is totally fun. Oh yeah? Know a lot about boats, do you? Tell you what. If I ever need an expert opinion on American history, I'll be sure to ask. But how about you leave the nautical shit to me? Weißt du, das ist unangebracht. I'll check it out. You look further along the waterfront. Maybe there's something at the other end. I don't think we should split up too far. We don't have to. See that telescope? You can see all the way along the waterfront from right here. See what you can find. Okay. 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 Das können wir machen. Was ist denn da los? Ein schönes Geschäft? Nee. Ach da. Nee, geh da nicht hin. Das dauert mir zu lang. Oh, die leben noch, ne? Stay out. Sind das... Oh mein Gott. What the fuck? Was ist das denn, was soll ich sein? Ein bisschen Warnung? Was, mach ich so etwas. Das ist bestimmt keine Warnung. Auf keinen Fall. Nee, nee. Als ob ich auf den schießen würde. Was zur Hölle? Niemand weiß es. Wir gehen mal zurück. Das ist... Das ist, ähm... Das ist nicht schön, ne? Mann, ich will zu diesem komischen Ausguck. Was soll das bedeuten überhaupt? Niemand weiß es. Können die Militärkrankungen sein. Aber was bedeutet sie? Nach wie vor, niemand weiß es. Okay, ähm... Zurück zum... Zum Fernglas. War das nicht jeder genau da? Great. Nehmt eine Karte, um zu arbeiten. Ah, na super. Eine 25-Cent-Münze. Wir können auch einfach draufhauen, ne? Yes! Das hat nicht funktioniert. Das ist nicht so. Komm schon. Mist. Vielleicht müssen wir... ... dem Typen da unten was abluxen, oder? Hier, guck mal. Nee. Der hat bestimmt was dabei, die Frau hier. Komm schon! Nee, 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 nee. Das kennen wir schon. Weg, weg! So ist das auch gedacht, ne? Vielleicht müssen wir hier reingehen. In... ...die Gasse. Natürlich. Das ist eine super Idee. Hier gibt's aber gar nichts. Wie mir scheint. Ich hab ja keine Ahnung. Irgendwie können wir hier nichts machen, ne? Oh, warte. Eine Kasse. Boom! Vielleicht ist es ein paar Veränderungen in der Schraube. Hallo, schönes. Wunderschöne. Oh. Das wäre zu einfach. Was für ein Laden hier? Ja, aber warum, ne? Kleingeld? Wofür? Okay, das heißt, da drin ist irgendjemand, ne? Irgendjemand muss ja da... Was... Was mach ich denn hier? Hm. Da ist bestimmt Geld drin. Guck mal. Wart. Weißt du, tritt es ein, Junge. Yes. Okay. Siehst du, ganz einfach, ne? Mit ner Rohrzange und ein bisschen Gewalt kannst du alles schaffen, du. Warum auch nicht? So, und jetzt gucken wir mal. Fuck. What's up with the boat? It ain't gonna work. Hulls crack beneath the waterline, plus someone stripped out the battery. You can't fix it? What the? What the hell is that? A fate worse than death. Okay. Ich wusste es. Okay, wir haben... ...'n Dock. Hinten ist ein Boot, guck mal. Das ist aber auch kaputt. In der Fall ist das nicht selbstverständlich. Gut, irgendwie nach rechts vielleicht mal gucken. Da ist bestimmt einiges zu holen, da ist nix. Keine Signale, ob irgendwelche Booten da drin ist. Okay, links noch? Irgendwas hier? Komm schon! Was ist da los? Ja, das war's, ne? Da oben ist jemand! What the hell? Get down! Get down! It's droppad Andeo. No, no, no. nicht той! Amén! 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 Untertitelung des ZDF, 2020